ok ok im wimmelbild klaue löschdüse krücke dämon vollengeschoss der fin handschein geigenbogen kaffeemühle nase panflöte und ne kamille eine klaue äh ja äh ja gut das ist hier nicht die klaue ne ne löschdüse ok ich weiß zwar jetzt nicht wie eine löschdüse direkt aussieht aber ok ne krücke da ist die krücke ein dämon da ein vorhängeschloss ein delphin handschellen 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 ach da unten ein geigenbogen ach da wieder ne schöne alte kaffeemühle da unten ne nase du kleine pappnase du ja da oben ist die nase ne panflöte dort kamille was meint die achso das ist ne blöschdüse ok und ne klaue tja wo könnte die hier sein ach hier die kappenklaue ist gemeint ok da wird wieder unser allerersten dämon erhalten was für eine fürchterliche fratze so noch ein bimbelbild ok handschuh scherenschleifer tischventilator stalaktit stalaktit ölkane kristalle gartenscheier kessel heißluftballon dämon wal und ja oh god jetzt dürfen wir noch insgesamt vermutlich elf wimmelbilder äh machen eieieieiei aber das war ja am ende vom ersten teil von hand sieht man ja auch so mit den spiegelscherben wenn ihr euch noch entsinnen könnt ein handschuh ein handschuh bist du denn handschuh zeige dich da oben ein scherenschleifer mhm wie sieht denn ein scherenschleifer aus das weiß ich nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht ich mach das erstmal später das könnte der tischventilator sein jawohl ein stalaktit ähm das ist ja so ein stein aus der höhle wird müssen der da genau ne das waren die kristalle scheiße wo ist der schenaktit keine ahnung ne ölkalle ne ne das ist die nicht das ist der kessel na schön jetzt blendet die sonne in meinem zimmer schön rein die sehe ich natürlich nicht allzu gut das ist scheiße wo haben wir denn jetzt die ölkalle das war der scherenscheifer okay das war eine person die ölkalle sich irgendwie erstmal nicht ne gartenschere ne das ist der heiß schnuffballon gewesen ach da unten ist die ölkalle okay äh der dämon ist da ein wall der war da oben das wusste ich noch ein klavier wo soll denn hier ein klavier sein so ist das fehlt nur der schlaktit aber wo ist denn der das ist doch so ein stein keine ahnung wo der jetzt ist ach da und der zweite dämonen kopf und da haben wir noch ein wimmelbit spitzhacke scharf dämon pinsel schalter frosch fedemaus hammer sonnenschirm igel ne feldflasche und ne dolch ne spitzhacke wo könnte denn hier ne spitzhacke sein also wenn ich das wimmelbit jetzt hier gleich fertig hab dann muss ich wirklich erstmal bei mir etwas dunkler machen die sonne scheint voll auf meinen bildschirm das erschwert mich jetzt natürlich hier etwas die gegenscheine zu finden also die spitzhacke die sehe ich jetzt erstmal nicht ein scharf scharf meh scharf scharf dämon habe ich auch schon gesehen sonnenschirm der war da ein igel der ist dort eine felsflasche die war da ein dolch der war da genau aber die anderen drei sachen die sehe ich jetzt hier nirgendwo sollte die ein scharf sein das war der pinsel das ist gut aber wo ist jetzt die spitzhacke beziehungsweise das scharf da oben ist er scharf gewesen jetzt finden nur die spitzhacke die ich nicht finde keine ahnung wo die ist auch da hinten oh lol so dämon nummer drei wusste ich ich hatte es im gefühl gehabt das da ah ne moment ah ich wollte doch moment 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 nein das schneide ich jetzt nicht heraus weil das geht ganz schnell bei mir mit dem dunkel machen ein moment so und da bin ich wieder ging weg ist relativ schnell ach ja jetzt ist es schon viel besser herz kanone antike rasse dämon straßen latinne handschuhe sechs kiefer schläger notensatz ferngas und ein schachbrett okay ein herz herz wo bist du gut versteckt ah ne da oben äh ne kanone eine kanone die finde ich momentan nicht doch da ist sie eine antike rasse die habe ich schon gesehen ein da ist da eine straßennaterne oh gott das war der kiefer straßennaterne testen und ja da die handschuh der war in der kiste drin das wusste ich noch die zahl sechs Wo könnte die jetzt sein? Da. Ein Schläger. Ein Notenblatt. Ein Fernglas. Und ein Schachbrett. Und Dämon Nummer 4 erhalten. So, wo waren denn noch überall Bilder? Genau hier. Drachen, Nase, Erbsenschote, Trauben, Waschbär, Mais, Flödelis, Zahnrad, Springbrunnen, Heugabel, Stiefel und ein Dämon. So, ist der Drache wieder gemeint? Nein, der andere Drache ist wieder gemeint. Eine Nase, schon wieder eine Nase. Tja, wo ist denn hier bitte schon eine Nase? Ist die Nase, ist doch die Nase, war gemeint. Okay, gut. Eine Erbsenschote. Oh Gott. Äh, da, okay. Die Trauben. Ähm. Trauben, Trauben, Trauben. Ja. Da. Ein Waschbär, der war dort. Mais war hier eingezeichnet. Flödelis war hier am Eisentor. Ein Zahnrad. Ach du Scheiße. Das hatten wir hier auch noch gar nicht. Glaube ich. Ein Zahnrad. Oh je. Wo könnte das denn sein? Ne, das ist ein Stern, ne? Ja, das ist ein Stern. Was ist denn hier ein Zahnrad? Gut, oh Gott. Oh, gute Frage. Da haben wir auf jeden Fall den Spring rum. Da ist die Heugabel. Da ist der Stiefel. Und da ist der Dämon. Oh mein Zahnrad. Oh Gott. Zahnrad. Ne. Keine Ahnung. Ach da. Oh Gott. Ja. Und Dämon Nummer 5 erhalten. Okay.